Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, keine Ahnung, wo ihr hin wollt, aber eigentlich solltet ihr ihr auffüllen, also Steine hinsetzen. Während die hier auffüllen. Ah, also geht doch. Ja, hier an dem löchrigen Steinbruch muss noch gearbeitet werden. Oh, da bricht sogar schon was weg, fast. Hoffentlich stützt da kein Brickton dann zu Tode. Ja gut, es wird aufgefüllt. Die nächste Mauer wird gemacht. Die Brickton wissen nicht, was sie wollen, irgendwie gefühlt. Die Brickton wissen nicht, was sie wollen. Was sie in der Erde ist, ist das Gelugnis? Oh, das Ceef. Was sie in der Erde ist? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit es dann so aussieht wie hier Oder so ähnlich halt Dann machen wir es so wie hier auch Also nehmen ganz oben Wenn wir die platziert haben Nur halbe Treppen sind wir? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Man merkt doch, es ist gerade ziemlich ruhig, es läuft keine Musik Man fängt jetzt gleich Musik an, weil es hat geleckt Nein, irgendwie ist es gerade ziemlich ruhig Also ja, wenn die so weitermachen, sind sie mit der Umrundung fertig, bevor die mit dem... Ernsthaft? Ja, die haben es echt mit dem... Im Weg rumstehen Ah, jetzt kommt wieder Musik Da auch schon wieder Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin echt mal gespannt, wer ist zuerst fertig? Die mit der Mauer oder die mit dem Füllen? Ich tippe auf die mit dem Füllen. Wobei die mit der Mauer auch gut dabei sind. Ich tippe auf die Mauer. 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 So, da laufen sie bis zum Ende. Er läuft den ganzen Weg zurück, anstatt dass er hier die Treppe nehmen soll. Die Wegfindung der Brickthorne ist doch sehr erstaunlich. Du hoppst du hoppst du hoppst du hoppst du jetzt da irgendwo hoch? So, ich tippe auf die Mauer. So, ich glaube ich kann dann langsam die Bauarbeiter wieder zum Quarry schicken. Zum Quarry mit dir. Zum Quarry mit dir. Zum Quarry mit dir. Zum Quarry mit dir. Kann ich auch langsam hier die Treppe setzen. setzen. So. So. Auch hier beide zum Quarry. So. Gong, du kannst das letzte Feld füllen. Und dann baut ihr mir hier erstmal fertig. So. Und dann kann ich schon mal das nächste flatten. den Auftrag geben. Das war jetzt zu viel. So. Das heißt ihr bringt mir wieder Steinchen. Das Loch hier wird auch gefühlt immer größer irgendwie. Als ob da von oben noch was wegbröckelt nach und nach. Aber irgendwie traue ich diesem Spiel nicht zu, dass es eine komplexe Statik besitzt. So. Jetzt noch das bisschen und dann können sie wieder füllen gehen. sind nur noch vier Steinchen hier übrig. Und gesetzt werden müssen noch neun. Jetzt nur noch acht. Davon sind vier unterwegs. So. ... ... ... ... So, drei Stück noch. Oder? Achso, vier. Achso, immer noch das Ding da, was keiner bauen möchte. Achso. Achso. Achso.